Die Patientin kommt hier zu uns. Das zweite Mal bereits im Lippenaufbau befindlich, also heute ein erneutes Lippenaufspritzen auf natürliche Art und Weise. Vor allem die Konturen in der Unterlippe, die Oberlippe und das Filtrum wird hier bearbeitet. Man sieht hier, wie blutarm das Ganze erfolgt, wenn man das in der richtigen Art und Weise durchführt und dann auch ganz natürliche Ergebnisse am Ende erscheinen. Hier das Filtrum wird gerade nochmal unterspritzt, damit es halt eben wie ein kleines Baby im Mund einfach sehr attraktiv aussieht und natürlich das Ganze aussieht. Man sieht jetzt bereits, dass das Ergebnis eigentlich sehr, sehr schön und attraktiv dasteht und dafür, denke ich, kommt sie auch jedes Mal zu uns.